Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option. Ich handele 60 Sekunden bis 20 Minuten mein Starttrade beträgt. 2000 US-Dollar. Ich suche meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien. Emilia Trader 5 unter Brücksichtigung der Tages-News und meiner Indikatoren. Aktuell habe ich auch einen Forex-Trade noch laufen, der sich gut entwickelt hat. Wer sich für meine Forex-Ausbildung interessiert, kann ein Früh-Uhr abwärts sich sicher bis 31.01.2021 auf meiner Webseite. Aber ich möchte jetzt auch noch ein paar, also mindestens zwei Trades im kurzfristigen Bereich von 1 bis 2 Minuten absolvieren. Okay, drückt, out here, dann gehe ich rein. Habe jetzt, so viel wollte ich eigentlich nicht setzen. 10.000. Und der Forex-Trade, der steigt schön fleißig weiter, wie man sieht. Ja, ich gehe nochmal rein mit 20.000, mit 40.000. Den ersten Trade habe ich sogar gewonnen. Sieht aktuell gut aus. Beide Trades sind im Gewinn. Und der Kurs sinkt noch weiter. Das freut mich. Perfekt. Beide Trades gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal.